So, hallo ihr netten Menschen, wie ihr es ja schon im Titel lesen könnt, TryHarder vs. MC muss mal wieder, ich hab grad gesehen, dass jemand Sentry prompt gestartet hat, jetzt muss ich die Typen erstmal voll zerlegen, so, er hat 30, ach, Rhino Panzer, ich kann auch keiner mehr helfen, ey, etwa 30 für ein paar Challenge, oder was? Oh man, ey, schon belastend irgendwie, ich mein, welcher volle Idiot spielt heutzutage bitte noch mit dem Rhino Panzer, jetzt mal ehrlich, Leute, kann mir das irgendjemand noch verraten, wenn ich bin irgendwelche Typen, die so gar kein Geld haben, so, oder einfach nur irgendwelche MC-Lews, oh Gott, Leute, hört auf, was meines Schäfwetsch zu schießen, sonst raucht es den gleich schon wieder, kann ich wieder eine neue holen, raucht es den jetzt schon, oder was? Ne, noch nicht, gut, aber gleich raucht's, wir sind verdammt ein scheiß Noobs da drüben, oh, guck genau das, Alter, ich hasse die Savage, so halt, ey, das Ding ist so null gepanzert, so null, das ist so belastend irgendwie das Ding, oh, hör auf, so schießen, du stirbst doch eher, ey, wirklich den Milchcontainer zu verstecken, du bist zwar Müll, das wissen wir beide, aber hör auf, die da zu verstecken, ach, Gott, ey, hier kommt schon wieder ein Herpes, ey, was soll ich denn, so, ich hol mal kurz ein neues Savage, dann fährt's gleich, ja, cool, alles kaputt, na, Kollege, habt euch wohl gedacht, ihr könnt hier eine Schlägegebung des Sentry Crown starten, aber ihr habt wieder einen Fehler gemacht, so, Minder Lobby, oder hatten sie eine Randvolle Lobby, ey, starten etwas Sentry Crown in einer fucking Randvolle Lobby, und die denken einfach, keiner wird kommen, ey, ist schon ein bisschen belastend irgendwie, genau wie der Typ da vorne auch belastend, ey, und der Typ ist auch voll belastend, ey, ich hab ein neues Wort, ey, belastend, glaub ich, so, 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 ich suche ein neues Savage, so, und zwar genau jetzt, so, einmal, das Wutel, gut, so, Leute, wenn ihr jetzt Rage Queen tut, dann schau ich euch nach, ey, mach ich einen Screenshot von Xbox aus, und schau euch nach, ey. Ihr Rage Queen jetzt garantiert nicht, ihr seid jetzt mal ganz, ganz netter Arsch, glaube ich, okay. ja perfektes timing geht ja gar nicht besser ja ganz toll so ich hoffe die typen sehen jetzt meine savage nicht kann ich vielleicht sogar passiv gehen das weiß ich jetzt gar nicht geht das natürlich geht es nicht ganz toll ok doch die sehen meine selber scheiße oh nein ich bin zu tot nein gibt mir keine gibt mir keine gibt mir kein headshot geht mir kein headshot gut er ist dumm ich dachte schon halt ich mir jetzt headshot so ein neues server ist glück und zwei minuten qualmplisten wieder weil die typen einfach sagt man leute könnt ihr nicht einfach schlaufen und euch weg sprengen müsst ihr unbedingt noch dieses meisterwerk der natur schießen vor allem meisterwerk der natur und der meisterwerk genau hier noch mal hier mein gott sind die typen scheiße naja das heißt wenn ich umsonsten schweige aber das mc nukes so mein gott immer diese löschen immer das gleiche nix außer sterben können sie nix wollten mich aus der sitzung rauskriegen aber ob sie kann nicht kämpfen mehr oh mann hier ist halt echt ein bisschen scheiße größer zu gesehen ich weiß der typ ja so wo ist der kek da vorne wie sie aufzuschießen reicht auf man sich das kriegt mich auf den typen über schießen tun kann ich mir eine neue service holen können die typen nicht einfach ein jungs porno anschauen sich verpissen einfach sterben junge 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 es geht mich auf so was so schlecht so schlecht jetzt nicht im video ich weiß mich nicht aber ist mir egal nein jetzt auf mich einzuladen lügig es will keine tausend einladung jetzt von dir erreicht wo ist der kek ich sehe ihn nicht also ich habe mich schon gekillt also ich erinnere heute der der typ ist so unbedeutend ich merke nicht nur wenn ich ihn töten tue aus nein lege ich doch lügig hmmm lügig hallo test holen lege ich jetzt nicht so was leckt mich doch scheiße ich bin da mit einer aufnahme und erstens eine einladung weil ich da bin weil wenn ich nicht reinkommen damit beschäftigt okay wenn du mir das schreibt okay na toll habe ich so ein arsch von der seite angewicht mit der fickten stinger ich hätte viel geburt aus dem arsch raus okay daneben am bodenkampfe kleinen schlappschwänze wieso wieso ich doch in den wagen hat es kann irgendwie verämmigt nur gab es hier wieder nichts bornen noch leckt mich halt so nahe nicht um meine serbisch ich will jetzt mit der serbigkeit man nicht im bodenkampf so hier hier ist mutuell so 12 40 sekunden wartezeit pegasus ok da vorne ich gehe nochmal aus der partie raus zu gehen ok ich fette an wenn ich fette ich bin nach ca 10 minuten ok so gut irgendwie wenn er diese dämlichen kleinen schlappschwänze immer auf meine wunderschöne savage drauf schießt dann kann ich ein bisschen einfach innerhalb von zwei minuten das fack mich einfach so weit ab weil die typen können wirklich so gar nichts außer irgendwie schießen und sterben er war hauptsache ok ich will auch mit auto m ich will es gegen auto m sagen wir drauf sind die typen können gar nichts und solche leute haben nicht mal auto m verdient solche minderheitskomplexe haben sich verdient damit auch zu spielen ja ok weiter geht's schießen sie gleich wieder auf meine serbisch drauf als sie dumm sind ja guck das ding ansteht auch schon auf mich ach belastend richtig belastend das ding war ne ok was haben wir davon nichts erwarten jetzt sag bloß die sind zu dritt hier die sind zu dritt hier oder oh gott ne als zweiter was ich treffe aber auch nichts heute ne kack ab in bedlern ab oder warum treffe ich nix ja ok gut passt alles ich dachte gerade und was ist das einzige was die typen können richtig auf meine wunderschöne savage wieder drauf schießen mit den billigen maschinengewehren hört doch einfach auf und tut mir den gefahren und tut doch einfach nur sterben das ist doch wohl nicht zu viel verdient oder das hier einfach nur sterben tut so mal gucken wo die krex jetzt vorne an da ist krex nummer eins da ist nur nummer zwei mal was mal wieder versteckt wie sieht man hinter der müllzone versteckt der ist schon ein bisschen belastend genau wie der typ da hinten so mal gucken wo der typ ist da unten der typ ist hier oben wo ist der denn ich sehe ihn gar nicht ja hier hinter dem haus oder was ja moment hä ist mir doch egal mit der Sekunde hey irgendwo bist du denn alter ich sehe dich halt nicht mal ne wo bist du du kleiner nur was das jetzt schon wieder ach ne wo ist der ich sehe ihn halt echt nicht ne da ist er da ist er alter geht doch halt die klappe so alter was für ein kd push so gefällt mir so gefällt mir 23 0 den anderen typen hat sogar schon 20 nur das sogar noch auf das auf dem gewissen aber bis zum gefühl dass die sind nur dauernd ums haus rennen wird weil er man nicht treffend irgendwie nicht so schnell na wen haben wir denn da unten na geil er hat schon gar keine ja er ist ein guter spieler er ist ein sehr guter spieler er läuft einfach nur ohne waffe so gefällt mir das du bist ein richtiger tryhard alter du bist ein richtiger typ solche leute liebe ich die einfach nur rumstehen und sterben tun sowas ist doch schön so 25 0 naja das wird ein cooles video wieder nur kiss machen und nicht einmal sterben so gefällt mir das doch so hier nochmal ein kill dann da nochmal ein typen kill hier oben da ich die der wie ins haus rennt weil das sonst nichts anderes in gta erreichen würde an den typen einmal killen so an den typen hier nochmal einmal fisten gut an den hier noch einmal killen wenn ich ihn ziehen würde den hier drüben einmal ok dann den nein oh gott hör auf das ding an so er versteckt sich wieder in den Müll einmal wo er hingehört so hier hier haben wir einen kill easy hier nochmal einen kill so hier nochmal einen kill ach ich höre jetzt auf immer kill zu sagen nee das nervt mich jetzt schon irgendwie ich mache so viele kills es macht keinen spaß nur mehr zu wiederholen braucht das ding schon nicht das gerade oh du verdammte stück hundescheiße du minderwertige stück gullum oh ich hab auch ein mikrofon geschlagen muss ich sehen oh junge hört auf zu sting her nene 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 hm 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 so mass mutil instrument wie jetzt schon immer heißt das ist eine pegasus ja schon war ja genau so hier le savage wenn ich Glück habe spawnt die genau hier unten ich hoffe mal die spawnt genau hier unten ne weil wenn nicht wäre das ziemlich belastend ich glaube hier ist ein spawnpunkt ja genau perfekt ich habe doch gewusst ich habe mich an einen kampfsteller gefordert so in der sache aus ob der reichweite von den klappigen kleinen boys da drüben ok einmal einsteigen in die gute stube ok da gehe ich einmal auf raider weil ich cool drauf bin heute so super duper gut ich wette gleich den ganzen wieder auf mich weil sie jetzt merken ja wir wir haben einmal getroffen jetzt jetzt haben wir eine richtige waffe gegen den typen aber ihr habt einen scheiß dreck gegen mich oh triple kill so naja ich denke das ist die letzte savage in diesem video muss ich fliegen ein bisschen aufpassen das dingern sie mir gleich echt wieder ey ich flieg schon wieder viel zu weit unten das richtige stingern gefahr hier gerade wie ich schon wieder hier fliege ist richtig kamikaze ey oh heute leute auge maine bitte sind die typen scheiße oder sind die typen einfach nur voll scheiße Oh Mann, ey Oh, ich muss echt aufpassen, dass ich mich dieses Ding antun So, einer hat Geragequitted oder? Ah, egal Selbst wenn jetzt alle Geragequitten, stell das Video hoch Weil es so viele Kills sind, also gefällt mir das Was ist das für ein Kek? Alter, ist das runtergefällt? Ah, Lappen So, easy, noch ein Kill, dann noch ein Kill da vorne Oh, jetzt sind die Typen scheiße Hey, die sind ja richtig scheiße Die sind ja wirklich ein Meerescheiße Oh, da ist die auch nicht Ragequitten drin irgendwie, ne Das ist schon ein bisschen belastend irgendwie Ich war schon gewagequittet, hätte mich jemand drei Mal abgeknallt Ach, die Ragequitten nicht immer so 500 Mal abknallt Aber schaut's euch an, ey, richtig traurig Ich sag dir so schon gar nichts mehr jetzt gleich, ey Ich weiß, ich werde jetzt so richtig nichts mehr sagen Das ist, nee Da kann man einfach nichts sagen Da kann man nichts sagen, das ist so schlecht Alter, seid ihr Kacke Jetzt hat er richtig scheiße Mein Gott, wenn das kein KD-Push ist So, hier nochmal einen Da drüben nochmal einen Nochmal ein Double Kill Easy Der eine ist Level 4 Ach Gott Schönen Nuller Ball So, dann nochmal einen Kill Wo ist der nächste Kandidat Und dann nochmal einen Kill Oder auch nicht So, hier nochmal Und dann nochmal Sauber So So, hier nochmal einen Kill Und dann nochmal einen Kill Ach Gott, Alter Ich überlege gerade, ob ich das wieder einnehmen soll Aber du musst dich hier vorne landen Und Mal gucken Ja, komm, ich nehm's noch einen Okay, Leute Ich nehm das Gebiet jetzt ein Oh, ich sterbe nicht beim Aussteigen Glaube ich bis ich sterbe Egal, die wissen's jetzt nicht, wo ich bin So, Vorteil für mich Ja, geil Wo bin ich jetzt gespawrt? Ich glaub's, ich fass's echt nicht Wo bin ich jetzt gespawnt, ey Oh, fuck Egal, das schaff ich noch da rein Das schaff ich noch da rein Boah, die Typen richtig kacken sind Schaff ich jetzt auch Easy da rein, ey Okay Mein Gott, die Typen können wirklich nichts außer sterben, Alter Die können nichts außer sterben So Mein Gott, sind die dumm, Alter Oh Mann, wie schlecht die einfach waren Die Gelfner braucht Die Gelfner braucht Die Gelfner nicht so gar nichts im Spiel So Hier nochmal ein Heli Ah, komm, Leute Ich tue jetzt noch ein bisschen den Bodenkampf zusammenficken Bis der Ragequitten tun Bis sie beide passiv sind Und mich melden tun So, dann kill ich die Typen jetzt noch Er spielt aber nicht mit Panzerfaust Also ist er ein Skillspieler Auch wenn er eine totale Flachpfeife in diesem Spiel ist ihm überhaupt nichts kann Ist er skillvoller als jeder Patzof ausglauben, ey Ah, toll, zwar unterwoben Oh, was für ein scheiß Tag Tja, Leute Ich hab jetzt jeden von euch ca. 40 Mal umgebracht Euer Gebiet eingenommen Und du hast nichts besseres zu tun, als in mir wegzuschwimmen Oh Mann, ey Ah, nee Jetzt hat keiner so lange Gleichweite So macht man das Oh, und da hat die Ragequitten Falls einer von den Lappen Dann kill ich den, ob es er Ragequitten tut Dann hab ich auch mit dem Video So Ah, hör auf, wenn es kreist Das ist jetzt schon Ich will jetzt fast so lange, oder was Ach du Scheiße So Armee Armee soll dir Das Spiel verlassen So, der Typ ist passiv Okay, Leute Dann war es jetzt auch schon mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, lasst doch mal ein Like da Wenn nicht, geht euch verkraben Und macht es einfach besser Dann würde ich jetzt einfach sagen Peace out Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.